extra danke für die nominierung ich nehme die natürlich an da du ja an der küste warst muss ich das ja auch machen so ungefähr das wasser kommt ja gleich also ne nominieren tue ich gleich ich hasse dich außerdem natürlich bin ich auch gerade mit nominieren ich kombiniere als erstes Arne Keil der muss das ja auch mal machen als zweites kombiniere ich René Fredelwies und als drittes hoffe ich natürlich dass es klappt Steffen Deitler der natürlich ja gerade in Berlin ist ja als Challenge ihr zwei müsst mir dann einen Grill anspendieren mit allen drum und dran das ist ja klar und Steffen von dir möchte ich dann gerne ein T-Shirt haben in grün wo dein Autogramm drauf ist ich kaufe es nicht